Sei gegrüßt, liebe Seele, und herzlich willkommen zur Einstellung in den göttlichen Heilstrom von Bruno Gröning. So, schließe deine äußeren Augen und atme in deinem Rhythmus durch die Nase ein und durch den Mund aus. Spüre, wie dein Atem dich langsam zur Ruhe kommen lässt. Spreche in deinem Inneren mit. Ich rufe jetzt die göttliche Quelle, die lichten Helfer und Bruno Gröning an meine Seite. Spüre die bedingungslose Liebe, die diese göttlichen Wesen für dich haben, und lass dein Herz davon durchfluten. Gebe jetzt alles in Gottes Hände, was du loslassen möchtest, was dich belastet und besorgt. Sprich aus, von was du dich befreist, und stelle dir vor, wie du es in seine Hände legst. Gott, Bruno und die lichten Helfer kümmern sich darum. Denke jetzt an etwas ganz Schönes, an etwas, das dir Freude bereitet, was dich leuchten lässt, was dich beschwingt und leicht macht. Nun bist du bereit, den Heilstrom zu empfangen. Öffne deine Hände zu Schalen und spüre, wie die Energie durch deinen gesamten Körper und all deine Zellen fließt. Alles wird jetzt gereinigt und in die göttliche Ordnung gebracht. Gott. 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 Dein Körper ist nun gefüllt mit Licht und göttlicher Energie. Wenn du magst, hast du jetzt Zeit und Raum für deine Herzenswünsche. Visualisiere, was immer du ersehnst und wünschst. Du kannst den Heilstrom auch zu anderen Menschen, zu Tieren, der Erde oder in Situationen lenken. Siehe vor deinem inneren Auge, wie sich der Heilstrom auch dort ausbreitet und wirkt, wie es dort leuchtet und Heilung geschieht. Zum Abschluss danke dafür, dass du diesen Segen empfangen und weitergeben durftest. Und sprich folgende Worte. Möge das Licht allzeit in mir und durch mich fließen, strahlen und leuchten. Möge das Licht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020